Willkommen zu einer weiteren Review auf MacBerrys YouTube-Channel. Heute zeige ich euch den Synex Powerpack Plus. Das ist sozusagen ein mobiler Akku, mit dem ihr eure Geräte unterwegs laden könnt. Der Hersteller hat uns dieses Powerpack Plus bereitgestellt. Der eingebaute Lithium-Ionen-Akku hat eine Kapazität von 8800 mAh. Hier zeige ich euch einmal die Rückseite der Verpackung. Ihr könnt verschiedene Geräte aufladen, MP3-Player, Smartphones, iPads. Das Samsung Galaxy Tab kann auch geladen werden mit einem speziellen Adapter, der im Lieferumfang enthalten ist. So, zu dem Gerät selber. Es ist komplett in schwarz gehalten, verfügt über einen Testschalter. Wenn ihr den kurz antippt, zeigt er euch an, wie voll die Batterie ist, beziehungsweise der Akku ist. Wenn ihr mindestens drei Sekunden lang drückt, schaltet ihr das Gerät ein. Sozusagen wäre es dann betriebsbereit, um ein Smartphone oder ein MP3-Player zu laden. Wieder einen Moment länger drücken, schaltet das Gerät ab. Ihr habt hier seitlich am Gerät einmal den USB-Ausgang und einmal den DC-In-Anschluss, der dann direkt mit das entsprechende USB-Datenkabel über den Netzladeradapter, über die Steckdose geladen werden kann. Das Gerät selber wiegt ca. 237 Gramm und hat folgende Maße. 85 x 82 x 23 mm. Vom Gewicht her ist es okay. Die Größe passt in jeden Rucksack oder in jede Handtasche. Im Lieferumfang haben wir verschiedene Ladeadapter, die ihr verwenden könnt. Und natürlich unter anderem auch ein kleines Handbuch, was das Gerät ein bisschen erläutert oder näher beschreibt. Zu dem Ladevorgang und wie ihr es am besten betreiben solltet. Ganz wichtig. So, dann kommen wir mal zu den Adaptern selber. Also wir haben einmal im Lieferumfang dieses Zubehör. Endet auf USB. Und endet hier auf einen Bereich, wo ihr die Adapter draufstecken könnt. Dies ist der Adapter fürs iPad bzw. fürs iPhone. Dann haben wir hier einen Adapter, der endet auf Micro-USB, z.B. für ein HTC Smartphone oder für z.B. die BlackBerry Bolt Serie. 9900, 9790 bzw. die Curve Serie genauso. Und hier haben wir noch den Mini-USB-Adapter, den ihr genauso verwenden könnt. So, das Netzteil, den Netzladeadapter haben wir hier. Hier kann direkt das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel dran gesteckt werden, um entsprechend den mobilen Akku über die Steckdose zu laden. Der Ladevorgang kann laut Hersteller 5-10 Stunden dauern, bis das Gerät entsprechend vollgeladen ist. Also hier den Nadeadapter rein. Hier rein. Und dann kann der über die Steckdose geladen werden. Aber vielmehr möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen, dass auch das Laden ohne zusätzliches Zubehör mit einem BlackBerry Bolt funktioniert. Dazu verwenden wir dieses Zubehör mit dem entsprechenden Micro-USB-Adapter. Den steckt ihr hier hinten einmal drauf. Dann einmal in die mobile Ladestation. Die Ladestation einschalten. Mindestens drei Sekunden. Und das Ganze entsprechend am BlackBerry anschließen. Ich muss dazu kurz mein Gerät entsperren. Und ihr seht sofort, Battery Watch poppt hier einmal auf. Und zumal, könnt ihr auch sehen, der Blitz leuchtet auf und das Gerät fängt an zu laden. Ohne Zubehör kann der BlackBerry Bolt geladen werden. Genauso kann aber auch geladen werden, was wir auch schon vorgestellt haben, und zwar der Ersatzakku. Könnt ihr entsprechend die mobile Ladestation auch unterwegs verwenden und diesen Ersatzakku über den Synex Power Pack Plus direkt laden. Das heißt, die orange LED leuchtet jetzt auf. Der Ersatzakku wird jetzt mit dem Synex Power Pack geladen. Und ihr könnt auch unterwegs dieses Power Pack mit dem Ersatzakku, ein Original Zubehör von RIM, direkt aufladen. Tolle Sache. Ohne zusätzlichen Adapter. Ganz wichtig. Alles, was im Lieferumfang enthalten ist. Das wollte ich einmal kurz zeigen. So, wir wechseln die Adapter. Und demonstrieren das Ganze einmal an einem iPhone. Das heißt, hier kommt jetzt der iPhone-Adapter rauf. Wir schließen das Ganze einmal hier hinten an das Power Plus an. Und ihr könnt das iPhone laden. Und ihr seht auch gleich den Ladevorgang. So, ihr seht, es spiegelt hier ein bisschen, aber der Blitz leuchtet auf und das iPhone fängt an zu laden. Von unterwegs kann es dann genauso geladen werden. Und auch verfügen wir hier über das iPad 2, welches genauso geladen werden kann. Ja, zu den Ladevorgängen selber. Das hatte ich schon erwähnt. Viermal kann der Blackberry Bold mit diesem Power Pack geladen werden. Ist von mir auch persönlich getestet worden. Das iPhone 4 genauso. Ist auch eine Herstellerangabe. Viermal kann das iPhone geladen werden. Ja, für 69,90 könnt ihr das Zubehör direkt im Shop des Herstellers erwerben. Vom Preis her finde ich es absolut okay. Wenn man überlegt, auf welche Ladekapazität dahinter steckt. 8.800 mA an Kapazität sind schon ordentlich. Also viermal laden. Blackberry, wenn man wirklich unterwegs ist, ist schon eine super Sache, ohne jetzt eine Steckdose direkt aufzusuchen. Ja, alles Wichtige habe ich genannt. Die Größe 237 Gramm sind jetzt nicht so schwer. Passt in jede Tasche rein. Ansonsten 1000 mA hat das mobile Pack im Ausgang, sodass viele verschiedene USB-fähige Geräte geladen werden können und sozusagen eine höhere Kompatibilität da ist. Ansonsten könnt ihr euch nochmal alle Bilder direkt auf macberry.de in der Review dazu anschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.